Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2, hier auch schon beim letzten regulären Part dieses Projekts, denn uns fehlt gar nicht mehr viel, was ich euch noch zeigen will, eigentlich fast gar nichts mehr genauer gesagt, nämlich nur noch eine einzige neue Waffe, die ich heute noch austesten will und auch nur noch einen einzigen Modus, den wir aber auch heute spielen werden, nämlich die Liga-Kämpfe. Bin ich schon sehr gespannt darauf, wie das dann gleich ablaufen wird. Ansonsten haben wir schon alles andere gemacht, was es aktuell zumindest gibt, auch den Helden-Modus haben wir schon komplett gespielt und deswegen wird dann eben nach dem heutigen Part Splatoon 2 erstmal in eine kleine Pause gehen. Aber es wird dann, habe ich ja schon tausendmal erwähnt, es wird dann wieder zurückkehren, wenn dann weitere Updates erscheinen, weitere neue Waffen oder weitere neue Maps, die ich euch dann auf jeden Fall gleich immer zeigen werde. Genau, aber das hier ist eben dann heute der letzte reguläre Part und nach diesem hier wird es dann eben nicht mehr täglich kommen, sondern eben nur noch dann, wenn halt Updates erscheinen. So, hallo Artie. Dann die letzte Waffe von dir, die du aktuell hast, möchte ich auch noch ganz gerne kaufen und zwar Calligraph. Ich will mal kurz gucken, was du dazu zu sagen hast. Die hohe Borstendichte beim Calligraph bedeutet auch ordentlich Tinte. Die Robobombe hilft dir, in eher unübersichtlichen Bereichen böse Überraschungen zu vermeiden. Und sicher vorzurücken. Die Entfernung zu weiter entfernten Gegner überbrickst du dagegen elegant mit dem Tintendüser. Ein komfortabel oder ein komfortabel nutzbares Set. Okay, immer diese schönen Beschreibungen von Artie. Wunderbar. Auch gleich anlegen. Und auch gleich dann ein bisschen austesten. So. Aber den Calligraphen sieht man ja auch wirklich online relativ häufig. Deswegen ich dann schon auch glaube, dass ich mit dem halbwegs gut zurechtkomme. Werde einfach mich neben so einen Typen stellen und verprügeln. Und drei Schläge reichen sogar aus, um einen Gegner zu besiegen. Würde ich euch hier sehen können. Aus welcher Entfernung? Hier sogar auch noch. Okay, das ist ganz cool. Wenn ich etwas weiter weg stehe, dann wäre es mehr. Dann brauche ich aber vier. Das haben wir jetzt gerade ziehen können. Also von hier aus brauche ich eins. Moment. Eins, zwei, drei, vier Schüsse. Oder warum sage ich nochmal Schüsse? Schläge. Aber wenn ich nah dran stehe, dann reichen auch drei Schläge. Und dann kann ich einen Gegner dann schon killen. Oder hier so aus der Tinte rauschampen und dann ihn schon verprügeln. Das würde, glaube ich, ziemlich viel Spaß machen. Hier dann mit dem Calligraphen gleich schön abzugehen. Dann eben die Robobombe, die halt auch im Allgemeinen ziemlich cooles, wie ich finde. So sehr schön, genau. Und dann natürlich auch die Spezialfähigkeit der Tintendüse, der ja eben mit dem neuesten Update, habe ich euch ja erzählt, deutlich abgespecht wurde. Aber er ist immer noch eine ziemlich gute Spezialfähigkeit, wie ich finde. Deswegen dann werde ich auch hoffentlich mit dem ganz gut abgehen können. So, genau. Ist ja schon immer dann schön hier auch ein bisschen durch die Gegend springen. Also während das noch den Sprungknopf drücken, um auszuweichen. Man kann eben auch wieder, das habe ich auch schon mal gesagt, man kann auch wieder zu einem Tintenfischiger zurück werden. Oder sich zurückverwandeln, während dem Tintendüse man will. Aber ich werde dann wahrscheinlich schon die ganze Zeit mit dem eher durch die Gegend fliegen. Und dann eben versuchen, die Gegner abzuschießen. Genau, dann wollen wir hoffen, dass wir hier mit dem Kalligraf uns dann ganz gut anstellen. Und dass wir dann zumindest ein paar Kämpfe heute gewinnen können. Weil ich habe schon das Gefühl, dass wir da ziemliche Probleme haben werden, dann unser Team, das dann gleich zusammengestellt wird. Weil da schon wahrscheinlich ziemlich viele kranke Leute rumlaufen bei den Liga-Kämpfen, würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Deswegen mal gucken, wie wir uns da dann so anstellen werden. Es ist gerade 13.57 Uhr eben. Also drei Minuten muss ich jetzt dann gleich noch warten, bis es dann 14 Uhr ist. Und dann werden wir wieder mal pünktlich anfangen. Das ist irgendwie da ein kurzer Schnitt, bis wir dann gleich 14 Uhr haben. Und dann geht es auch schon los mit den Liga-Kämpfen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das dann so ablaufen wird. So, und dann kann es auch schon gleich losgehen. Ich werde mich sofort wieder beeilen und dann wieder direkt per Menü, wie ihr das für mich gewohnt seid, in die Lobby gehen. Dass das wirklich ganz, ganz schnell dann alles gleich losgehen kann. So, dann bin ich auch gespannt, wie schnell sich dann drei von euch finden werden, die da mit mir spielen wollen. Weil ich habe auch gesagt, dass ihr nur dann mitmachen könnt oder sollt, wenn ihr zumindest den A-Rang erreicht habt. Wir spielen übrigens Herrschaft und zwar auf der Serie Rockbühne und auf dem Anta Maria. Also eigentlich beides zum Apps, die ich ganz gerne mag. Und deswegen mal gucken, wie wir uns dann, wie gesagt, hier anstellen werden. So. Und ich werde wieder dann so ganz, ganz kurz warten, ob sich dann gleich drei von euch finden werden, die dann da eben mitmachen wollen und können. Und so. Und wenn es ein bisschen zu lang dauert, werde ich dann wieder einen kurzen Schnitt machen, bis dann eben drei von euch gefunden wurden. Aber ganz kurz werde ich mal noch warten. Dann kann ich auch gleich sehen, was für Waffen ihr dann so benutzen wollt. Also ich eben mit dem Kalligraf muss ich mal gucken, wie ich mich damit dann so anstellen werde. Und zwei sind schon reingekommen. Okay, alles klar. Muss ich mich dann gucken, wie ich mich damit dann eben so anstellen werde. Und das war es auch schon. Okay, alles klar. Mit Domi, H-Gremlin und auch Alexander werden wir dann jetzt hier ein paar Runden spielen. So, ich bin bereit. Ich hoffe, die anderen dann auch gleich. Damit es dann auch gleich direkt losgehen kann. mit dann dem ersten Kampf hier in Herrschaft bei der Segelrockbühne und wie gesagt auf Manta Maria. So, ich muss ja erstmal kurz auf Spieler warten. Ich habe wieder ganz kurz noch Liga-Power noch offen. Okay, alles klar. Das ist so ähnlich wie auch beim Splatfest, das ist es, glaube ich. Da wird ja auch immer so eine Splatfest-Power oder sowas dann angezeigt. Und die wird erst wirklich berechnet, wenn man zumindest sieben Kämpfe bestritten hat, glaube ich. Und sowas ähnliches gibt es offenbar hier auch bei den Liga-Kämpfen, wie es scheint. Alles klar. Ich werde noch kurz warten, bis ich aber dann gleich einen Schnitt mache. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht immer ein bisschen dauert, bis wir da Leute finden werden. Eventuell. Ich hoffe, dass die Lobby jetzt nicht zusammenbricht. Das wäre blöd. Aber ich hoffe schon, dass wir jetzt dann gleich Leute finden werden. Aber ich denke mal schon, dass auf jeden Fall Liga-Kämpfe die wenigsten Leute spielen werden. Wenn man da eben halt insgesamt zu viert sein muss oder auch zu zweit. Das geht ja auch. Aber trotzdem, ich werde jetzt dann gleich bei 85 einen Schnitt machen. Wenn es bis dahin 90 geworden ist. So, wir warten noch. Und Schnitt. Ja, und es wurden tatsächlich nicht genügend Leute gefunden. Oder nicht genügend Leute, aber halt keine Gegner wurden gefunden. Das ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen muss ich dann nochmal den Raum erstellen. Nochmal neu. Und dann hoffen, dass wir jetzt dann gleich mehr Gegner finden werden. Das ist halt schon ein bisschen blöd. Weil die Liga-Kämpfe sind eigentlich schon eine coole Idee, wie ich finde. Aber wenn halt dann da nicht genügend Gegner gefunden werden können, ist das schon dann ein bisschen doof. Ich hoffe halt, dass jetzt dann gleich wieder dieselben Leute reinkommen werden. Weil das ansonsten jetzt dann ein bisschen unfair wäre. So irgendwie. Ich weiß mal, wie der Raum sofort erstellt. Und ich hoffe, die drei, die haben das auch verstanden, dass sie dann sofort wieder eine neuner Stelle haben. Okay, alles klar. Sie haben wenigstens dann wieder gleich die Chance. Und müssen halt jetzt dann nochmal neu warten. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd, aber das ist ja auch nicht meine Schuld. Aber das habe ich halt auch schon so ein bisschen erwartet, wie gesagt. Weil halt eben die Liga-Kämpfe wahrscheinlich halt mit Abstand am wenigsten gespielt werden. Wenn man dort halt immer zwingend zumindest einen Teampartner braucht, was eben nicht immer der Fall ist. Und müssen halt das einfach dann ein bisschen geduldig sein. Bis wir ein Team gefunden haben, Gegnerisches. Und das haben wir endlich. Sehr schön. Dann können wir jetzt auch den Liga-Kampf hier, den ersten, dann auch gleich beginnen. Ich freue mich schon. Gut. Wir spielen zuerst auf... Manza Maria. Alles klar. Ist ja auch, wie gesagt, eine echt coole Map, wie ich finde. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie wir uns hier anstellen werden. Und was die Gegner jetzt dann gleich so alles drauf haben. So, Liga-Power 2010 haben sie. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt viele oder wenige ist. Aber ich glaube, dass sie über 2000 haben, ist gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Deswegen müssen wir jetzt einfach mal gucken. So, hier auf Manta Maria gibt es ja zwei Herrschafts-Glieder, genau. Wo wir dann drauf achten müssen. Einmal hier unsere sind, einmal das von den Gegnern bei ihren dann hier. Damit die Robobomben hinschmeißen zu denen. Und ich bin aber schon fast abgekratzt sogar. Ja, die Gegner kämpfen auf jeden Fall hier schon mit harten Bandagen. Okay, und das war ein schöner Double-Kill. Ich wurde gekillt, aber auch der Gegner. Und die Gegner haben erstmal schon alles eingenommen. Ja, ich springe mal hier hin, weil ich sollte halt schon immer häufig nach vorne springen. Weil der Weg bis zu den Herrschaftsgebieten schon relativ, oh, das war knapp, schon relativ weit ist. Und das soll ich dann schon immer nach vorne jumpen. Und wir haben die Herrschaft übernommen sehr gut. Das ist erstmal ganz gut, auf jeden Fall. Jetzt dann die Gegner irgendwie versuchen zurückzuhalten. Und gar nicht erst ins Herrschaftsgebiet reinkommen lassen. Das wäre jetzt am besten. Was natürlich einfacher gesagt ist als getan. Komme ich hier irgendwie eigentlich nach oben? Ich komme da nach oben, ne? Genau. Ich will mal kurz hier nach oben gucken. Und von hier aus dann die Gegner gleich mal schön umbringen. Genau, perfekt. Ja, läuft auf jeden Fall ganz gut. Erstmal wieder das hier einnehmen schnell. Und die Blase wegmachen. Genau, weil die nervt ansonsten nur. Und wir führen gerade. Das ist doch schon mal ein schöner Start, würde ich meinen. Aber der ist wieder angehalten worden, weil da ein böser Gegner ist. Der bitte sterben kann. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Der Kalligraf macht schon Spaß. Einfach in die Ohrgott. Einfach in die Gegner reinzurennen, blindlings. Und versuchen, sie umzubringen. Das ist schon auf jeden Fall ganz cool. Erstmal, dass sie die Herrschafts übernehmen können. Und ich werde mal kurz jetzt meinen Tintenbüser übrigens einsetzen. Weil dann habe ich jetzt schon länger und ich sollte jetzt mal einsetzen. Einfach so. Sehr schön. Und gleich mal einen Killpick bekommen. Wunderbar. Einmal ein bisschen nach vorne fliegen. Und die Gegner ein bisschen zurückschrecken lassen. Und gar nicht erst nach vorne kommen lassen. Hilfe. Ja, das war aber fies. Der hat schon gesehen, dass ich da wieder landen würde. Und dann gleich den Tintenschock eingesetzt. Und jetzt sind wir leider hier alle gestorben. Und die Gegner werden ja erstmal wieder die Herrschaft übernehmen können. Genau. Aber trotzdem, wir führen ja immer noch. Aber ganz, ganz knapp nur. Also gleich werden dann eventuell die Gegner wieder die Herrschaft an sich reißen können. Aber erstmal sind wir noch in Führung. Immer noch. Und jetzt haben wir schon wieder den Zähler anhalten können. Also ja, das machen wir auf jeden Fall recht gut. Muss ich auch mal euch die anderen loben, die hier in dem Raum sind. Wir spielen auf jeden Fall hier ziemlich gut, wie ich finde. Und das freut mich natürlich auf jeden Fall. Du stirbst auch. Aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Kalligraf. Der macht auch super viel Spaß, wie ich finde. Einfach blind, wie gesagt, in die Gegner rein zu latschen und sie umzubringen. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Zuerst mal weg von den Blubberblasen hier, weil die stören mich nur. So, weg damit. Okay. Ja, aber wurde wieder aufgefüllt. Ich muss aufpassen. So, und oh ne. Ich bin gleich wieder sowas von tot. Ich muss mal kurz weggehen ein bisschen, weil ich hab grad viel Schaden bekommen. Aber das... Ja, wird aber gleich wieder umnommen, das Gebiet. Das ist natürlich wieder blöd. Ich kann mich doch kurz einsetzen und versuchen, ein paar von denen umzubringen. Ein paar von den Gegnern. Ja, der eine versucht zu mir herzukommen, ne. Und, okay, und auch der mit dem Hochdruck von Unreinigung versucht mich zu töten. Weil ich natürlich dann schon ein relativ leichtes Ziel auch teilweise da bin, wenn ich da so in der Luft schwebe. Ja, jetzt bin ich... Jetzt war ich ein bisschen unzingelt, leider. Das war echt schwierig. Ja, das Blöde ist halt, dass wir jetzt über die 73 nicht wirklich arg viel hinaus kamen. Bisher. Was ein bisschen ärgerlich ist. Die Gegner natürlich auch nicht über ihre 83. Ähm, aber das können sie vielleicht jetzt dann gleich... Scheiße. Das könnten sie vielleicht jetzt dann gleich schaffen. Ja, das werden sie jetzt, glaube ich, auch schaffen, weil wir jetzt nämlich erstmal wieder alle nach vorne stoßen müssen. Deswegen jetzt, genau, jetzt dann gleich werden sie erstmal in Führung gehen. Aber ist auf jeden Fall noch nichts entschieden, denn wir haben noch recht viel Zeit hier in der Runde. Noch über zwei Minuten haben wir. Und da ist auf jeden Fall noch einiges möglich für einmal, weil wir den Zieler schon wieder anhalten konnten. Jetzt erstmal nicht mehr, aber trotzdem... Ähm, wir haben ja vielleicht ganz gute Chance, erstmal hier eine Roboburme reinschmeißen, weil das sind viele Gegner auf einmal. Die ich dann erstmal ein bisschen nerven kann damit zumindest. Und das ist immer ganz gut. Shit, ey. Und der hat mich da oben gesehen, obwohl ich in der Tinte war, der Arsch. Gibt's doch nicht. Ja, und jetzt sieht's dann doch nicht mehr ganz so gut für uns aus, leider. Ich trau mich mal nicht zu springen, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich dann vielleicht sofort wieder sterben will. Und wir müssen jetzt dann gleich auf jeden Fall versuchen, alle irgendwie zu überleben. Und erst wieder das Gebiet zu übernehmen und den Zieler anzuhalten, auf jeden Fall. Das wäre jetzt wirklich... Oder halt nicht nur... Ey, komm ich bitte hoch. Nicht nur anzuhalten, sondern halt vor allem auch wieder zu übernehmen, dass die Gegner auch eine Zeitstraff bekommen. Ich werde auch kurz den Tintendüser dafür einsetzen. Aus diesem Grund. Aber ich werde gleich wieder umgebracht, verdammt nochmal. Ja, jetzt wird's sehr schwierig werden. Jetzt muss ich nach vorne springen, weil sonst nämlich die Zeit ausgeht. Aber ich glaube, es wird eh nix mehr. Außer wir schaffen jetzt da noch den Zehner anzuhalten. Ja, noch ganz kurz, aber... Nee, wird nix mehr. Schade, okay. Da haben wir uns eigentlich am Anfang ganz geschlagen, wie ich finde. Aber dann zum Ende hin wurden dann die Gegner doch nochmal mega stark irgendwie. Also irgendwie kam's mir auch so vor, als hätten sich vielleicht die Gegner am Anfang ein bisschen zurückgehalten oder so. Und haben dann am Ende ihre Warenkräfte gezeigt, so ungefähr. Weil da sind sie dann echt gut geworden. Muss ich wirklich sagen. Okay. Ja, wir können auch sehen, die Gegner haben wir da mit 13 und 11 Kills teilweise uns echt ziemlich fertig machen können. Und da haben wir dann nicht so ganz viele Chancen gegen die. Okay. Aber nicht so schlimm, weil wir haben ja noch ein paar weitere Kämpfe, die wir machen werden. Und irgendeinen werden wir in diesem Part hoffentlich schon noch gewinnen. Mal schauen. Gut, und wir haben gleich wieder neue Gegner gefunden. Diesmal mussten wir gar nicht lange warten. Nur irgendwie 10 Sekunden oder so. Also das ging ganz schnell. Und diesmal spielen wir auf der anderen Map, die ja gerade verfügbar ist. Nämlich auf der Segelrockbühne. Aber die haben eine deutlich geringere Liga-Power. Nur 1660. Die gerade eben hatten ja eben über 2000, was glaube ich echt nicht so wenig ist. Deswegen finde ich eigentlich schon, dass wir uns gerade eben durchaus gut angestellt haben, wenn man bedenkt, wie stark die Gegner gerade eben waren. Deswegen ist das schon nicht schlecht auf jeden Fall unsere Leistung. Die wir gerade eben gezeigt haben, wie ich finde. Und jetzt hier mit 1660 Liga-Power. Nur können wir es dann vielleicht auch eher mal hinkriegen. Hier dann auch... Ich habe den nicht töten können. Ernsthaft. Hier dann auch zu gewinnen. Mal schauen. So, der stirbt. Sehr schön. It's a me. Ist der. Und... Ja, verdammt. Ich wollte eigentlich nach außen umgehen. Und dann hier die Magie auch noch besiegen. Aber habe ich nicht ganz geschafft. Aber wir haben die Herrschaft erstmal. Das ist doch ganz gut. Ich werde dann gleich wieder auch nach vorne springen. Würde ich vorschlagen. Genau. So, ja. Und in der Runde jetzt dann hier, wie gesagt, mit einer gegnerischen Liga-Power, die um einiges gängiger ist, sieht es dann schon sehr viel besser für uns aus. Und wir haben jetzt dann schon deutlich mehr Chancen, hier was zu reißen. Vielleicht bleiben wir hier in der... Verdammt, ich bin so schlecht. Ich wollte hier extra im Herrschaftsgebiet bleiben und alle Gegner zurückhalten, die herkommen. Aber habe ich nicht so wirklich gut geschafft. Ja, in dem Kampf bin ich jetzt auf jeden Fall schlechter. Gerade eben habe ich ganz gut gekämpft, finde ich. Aber hier bin ich jetzt dann weniger gut. Hier reißen eigentlich alles meine Teammates. Deswegen vielen Dank dafür. So, gleich wieder übernommen. Wunderbar. Und da oben ist auch gleich wieder ein Gegner. Oder da hinten halt. Und da kommt auch wieder einer her. Auch mit dem Kalligraf. Ich habe nicht... Mann, ich habe nicht drücken können, das gibt es noch nicht. Ich habe auch wieder, glaube ich, zwei Schläge oder sowas reinhauen können. Aber nicht mehr leider. So, du schützt auch. Und den habe ich nicht gesehen. Der hat auch den Kalligraf, gell? Ah, nee, okay, den Quasto. Okay, aber ich meine... Sind ja auf jeden Fall auch beides Pinselwaffen. Auch wenn der Quasto halt ein bisschen leichter und langsamer ist. Äh, oder... Äh, 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 Quatsch. Leichter ist er schon, aber er ist schneller. Langsamer ist dann nicht der Kalligraf ist... Oh Gott. Der Kalligraf ist langsamer. Das wollte ich damit sagen. So, und jetzt haben wir erstmal die Gegner, die Herrschaft. Und wir müssen erstmal wieder versuchen, jetzt irgendwie nach vorne zu stoßen. Ich will aber dann gleich den Tintenbüse am besten einsetzen. Okay, mach ich mal schnell. So, und dann mal hier jetzt versuchen, schön reinzuballern und die Gegner schön davon abzuhalten, hier das Herrschaftsbild wieder zu übernehmen. Perfekt, wunderbar. Und wir haben es wieder. Ja, das läuft eigentlich ganz gut, weil die Gegner haben zwar jetzt 32 Punkte sammeln können. Aber trotzdem sind sie noch ziemlich weit weg von unseren 12. Wir müssen zwar jetzt erstmal wieder die blöde Zeitstrafe runterkriegen, das stimmt schon. Aber trotzdem sieht es für uns ganz gut aus, möchte ich meinen. Und da ist die Marie in meine Robobombe einfach reingesprungen. Sehr schön. Ja, einfach ein paar random Robobomben nach vorne zu schmeißen, ist eigentlich auch immer gut, weil halt die Gegner immer mal wieder aus Versehen vielleicht auch reinlaufen werden. Da kommt ein Gegner an, der erstmal die Robobombe abkriegt. Und ich konnte nicht mehr ausweichen. Das gibt es noch nicht. Das war auch total schlecht, irgendwie, finde ich. Ja, hier auf jeden Fall, der Anthony im gegnerischen Team ist wahrscheinlich der Beste, würde ich eigentlich sagen, mit dem Quasto. Weil der hat uns, oder zumindest mir, bisher die meisten Probleme gemacht. Die anderen Gegner gehen eigentlich, finde ich. Aber der Anthony, der hat es tatsächlich drauf, wie ich finde. Und, verdammt nochmal, jetzt bin ich wieder umgebracht. Diesmal von der Marie. Ja, okay, ich meine, also so schlecht sind die Gegner jetzt nicht, ne. Ich will jetzt die nicht unterschätzen und sagen, dass jetzt unser Team viel besser ist oder so. Das will ich nicht sagen, ne. Weil die Gegner haben es auf jeden Fall schon auch drauf. Aber trotzdem ist es halt, finde ich, kein Vergleich zu den Gegnern von gerade eben. Und ich hoffe schon, dass wir jetzt diesen Kampf dann gewinnen können. Wenn wir jetzt den noch verlieren, das wäre dann schon ärgerlich, weil wir halt jetzt schon eigentlich immer ziemlich dominierend hier sind. Und wir die meiste Zeit, die Herrschaft durchaus haben. Die Gegner, wenn die mal die Herrschaft übernehmen können, dann meistens immer nur kurz. Und dementsprechend haben wir ja eigentlich schon, glaube ich, ganz gute Chancen, das dann für uns eben zu entscheiden. Ich werde es mal auch ein bisschen mal aggressiver spielen. Mal hier etwas in der Nähe von den Gegnern, weil ich ja auch eine Nahkampfwaffe habe. Und wenn dann gleich hier hochkommen, dann kann ich sie halt schön davon abhalten, weiterzugehen. Hier zum Beispiel. Kann ich einfach mal kurz Hallo sagen. Und ich habe es doch ziemlich geschafft, den Un zu bringen. Das ist halt deswegen wirklich umgebracht. Ja, ihr seht, wie gesagt, in diesem Kampf bin ich jetzt mehr weniger gut. Da war ich gerade wieder alle umgebracht. Ja, nicht ganz. Ja, doch jetzt schon. Gerade eben in dem Kampf auf Manta Maria war ich besser. Aber hier in dem Kampf stelle ich mich mal einige schlechter an, wie ich finde. Aber, ne, ist halt leider so. Ich kann auch nicht in jeder Runde immer gut spielen. Manchmal bin ich halt auch schlecht. Und das war auch wieder blöd. Da bin ich in der Zeit weggekommen. Okay, aber wir haben schon wieder den Zähler anhalten können. Also, wie gesagt, die Gegner schaffen es nie wirklich, immer viele Punkte zu sammeln. Auch wenn wir uns jetzt schon so ein bisschen ranhalten müssen. Weil jetzt könnte es, wenn es ganz, ganz blöd läuft, passieren, dass die Gegner vielleicht in Führung gehen. Glaube ich zwar eigentlich weniger, aber es könnte halt vielleicht passieren. Wenn ich jetzt bitte umbringe. Wird auch nochmal wieder auch noch einen töten können. Ja, das Problem ist halt schon, dass die Reichweite vom Kalligrafik schon nicht so mega hoch ist. Und ich da schon immer ein bisschen aufpassen muss. Und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen eng. Als erstes halb, müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Wenn wir noch hier die Herrschaft wieder zurück übernehmen wollen. Und hier nicht in Rückstand geraten. Weil wir fast alle sind tot. Schnell. Zähler anhalten, zähler anhalten, zähler anhalten. Okay. Und übernehmen. Puh. Puh. Das war jetzt sehr, sehr knapp. Das war jetzt wirklich Rettung in letzter Sekunde. Dass wir jetzt da noch den Zähler haben anhalten können. Und auch die Herrschaft übernehmen konnten. Weil dadurch jetzt eben die Gegner eine Zeitstrafe haben. Und jetzt müssen sie erst mal wieder 56 Sekunden gut machen, bevor sie dann wieder weitermachen dürfen. Und das würde uns jetzt dann auf jeden Fall sehr viel helfen. Sollen wir mal kurz noch den Tüßer einsetzen, dass sie erst gar nicht weiterkommen können, die Gegner. Oh, sehr schön. Und ich bin halt gleich tot. Ne, bin ich nicht. Sehr schön. Okay, wunderbar. Und jetzt können wir uns dann gleich vielleicht schon mit einem K.O. Sieg gewinnen. Weil die Gegner, glaube ich, nicht mehr zu uns herkommen werden. Das schaffen sie, glaube ich, nicht mehr. Ne, das haben wir gewonnen. Okay, cool. Puh. War aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr, sehr anstrengender und anspannender Kampf auf jeden Fall. Aber hat mir sehr gefallen. Yay. Habe ich auch echt nicht erwartet, dass es dann doch zum Ende hin, wie gesagt, noch so eng werden würde. Weil das war halt wirklich die allerletzte Sekunde, die das dann entschieden hat noch zum Ende hin. Und dementsprechend war auf jeden Fall schon echt eine sehr, 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 sehr knappe Geschichte. Und vor allem der Dombie ist jetzt nämlich abgegangen in der Runde, wie ihr sehen könnt. Aber haben wir eigentlich alle ganz gut gemacht, wie ich finde. Und deswegen haben wir dann eben diesen Kampf hier gewinnen können. Gut. Dann geht's gleich weiter mit dem nächsten Kampf. Und dieser findet wieder statt auf der Segelrockbühne, wo wir ja gerade eben Glück hatten und den Kampf gewinnen konnten. Deswegen mal schauen, wie es jetzt ablaufen wird. Ich will vor allem wieder auf die Liga-Power achten. Die Liga-Power... Oh Gott. 2100. Oh weia. Okay, das wird jetzt schwierig. Ich will mich hier am besten so nach vorne rennen. Mit dem Kalligrafen hier. Ui. Okay, sehr schön. Aber ich war gar nicht so viel schneller, weil der Alexander hier auch eh die Körling-Momben hatte. Die auch super sind, um schnell nach vorne zu kommen. Erstmal hier eine Robobombe durch die Gegend schmeißen. Und erstmal die Gegner dann schön damit nerven. Aber da haben wir gleich mal einen Turbo-Blaster-Typen. Der uns da schön zu Tode nerven kann. Ja, und da waren jetzt alle Gegner auf einmal. Und wir sind erstmal alle gestorben. Ja, also das habe ich schon kommen sehen mit der Liga-Power von 2100. Das würde jetzt sehr schwierig werden. Ich würde mal schätzen, dass die sich auch wahrscheinlich absprechen sogar. Und dementsprechend haben wir dann eben nochmal einen weiteren Vorteil uns gegenüber. Ich weiß aber nicht genau, aber kommt mir... Oh Gott, kommt mir so vor. Und ich bin erstmal... Ja, toll, hey. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil da kommst du jetzt gegen die Gegner gar nicht dran. Ich glaube, die haben sich auch tatsächlich bei den Maps überlegt, wo sich jeder hinstellen sollte. Damit wirklich überhaupt keiner von uns dann wirklich bei denen durchkommen kann. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass sie es so ein bisschen auch immer für diese Map hier speziell, für die Segelrock-Binne eben geplant haben. Wo sie dann am besten sich alle hinstellen sollten, damit eben keiner von uns auch nur irgendwie eine Chance hat, hier irgendwas zu reißen. Habe ich so den Eindruck. Soll ich mir mal ein bisschen was einfärben? Und dann gleich... Ich will überleben, ich will überleben. Und den Tintenbüßer einsetzen. So, habe ich jetzt vielleicht irgendwie eine Chance, irgendwas hier zu machen? Habe ich nicht, weil ich gleich wieder gestorben bin. Von dem Turbo-Blaster-Typen. Ja, ne? Also da kann man sehen mit einer Liga-Power von über 2000. Da sind wir dann doch alle ein bisschen überfordert. Habe ich schon einen Kill in der Runde? Ich glaube nicht, ne? Wahrscheinlich ein paar von euch haben wahrscheinlich auch noch keine Kills, weil die hier alle ziemlich wahnsinnig sind, die Gegner. Ich will aber zumindest noch einen Kill vielleicht machen. Das wäre ganz cool, aber ich komme nicht mehr dazu. Die noch? Ja, nicht mehr ganz. Schade. Okay. Ja, da können wir sehen, wenn sich tatsächlich hier die Leute in einem Team auch absprechen und auch wahrscheinlich genau überlegen, was für Waffen jeder nimmt, haben die sich bestimmt auch ausgedacht, und sich überlegt haben, wer an welcher Position stehen sollte, um die Gegner wirklich dann davon abzuhalten, weiter vorzudringen, dann kann man da schon auf jeden Fall ziemlich abgehen. Ja, kein einziger Kill auf meiner Seite. Und bei den Gegnern haben wir da einige mehr Kills, und die haben halt wirklich genau gewusst, wie sie gegen uns vorgehen sollen, damit wir erst gar nicht zum Herrschaftsgebiet hinkommen, überhaupt. Und das war jetzt schon ziemlich heftig. Wollen wir hoffen, dass es dann gleich ein bisschen besser laufen wird im nächsten Kampf. Das könnte jetzt, glaube ich, auch wieder nicht so gut für uns ausgehen, weil ich habe schon gesehen, dass alle Spieler in ihrem Namen so ein WEC vorne haben oder so. Also die haben sich auch wieder total abgesprochen wahrscheinlich. Und, ah ne, haben noch 1800 C, das geht dann sogar. Dann können wir das vielleicht sogar dann eher hinkriegen. Mal schauen. Ist ja erstmal wieder schön hier mit der Curling-Bombe mitfahren, weil da muss ich auch keine Tinte verschwenden. Das war ganz gut, zum nach vorne fahren mit dem Kalligraf. Okay. So. Na, erstmal hier unseres auf jeden Fall einnehmen, dann gleich die Gegner hier davon abhalten, auch unseres weg von der Curling-Bombe, unseres einzunehmen. Gehen wir mal kurz weg hier ein bisschen. So. Und dadurch muss ich jetzt aber ein bisschen riskanter auf jeden Fall spielen, weil ich halt eine Nahkampfwaffe habe. Und ich muss eben nah an die Gegner ran, wenn ich irgendwas reißen will. Aber wir haben erstmal es übernehmen können und die Gegner sind fast alle tot. Okay. Also erstmal läuft es ganz gut. Also wir können sehen, mit einer gegnerischen Liga-Power von unter 2000 haben wir durchaus Chancen, das hier auch zu gewinnen. Sobald die Liga-Power aber über 2000 ist, dann wird es auf jeden Fall für uns sehr, sehr schwierig. Zumindest war ich unmöglich, deswegen auch nicht unbedingt, bin ich ein bisschen in Gefahr. Das war nicht unmöglich, würde ich sagen, aber schon sehr, sehr schwierig auf jeden Fall für uns dann hier zu gewinnen. Das ist ganz klar. So, ich werde dann vielleicht mal einen Tintendüser am besten einsetzen. Ich warte noch ein bisschen ein paar mehr Gegner dann gleich da sind, weil die ja gerade wieder alle gestorben sind so ungefähr. Ich werde mal hier auch ein paar Rohbomben wieder ran in die Gegend, dass sie irgendwen vielleicht treffen können. Und dann mal kurz einsetzen. Dann können wir auch hier ein bisschen zu den Gegnern in ihre Gefilde reingehen. So, hallo du und hallo du. Ja, aber den nervt mich schon wieder. Ja, ich habe noch einen Schuss wenigstens rausbekommen. Ich bin auch gestorben leider, aber ich habe wenigstens noch den hier mitnehmen können. Das macht ihn ganz gut. So, und alle drei meiner anderen Leute sind noch am Leben. Das ist wunderbar. Kann ich jetzt gleich dann relativ sicher nach vorne springen. Und ja, da können wir jetzt dann doch die Gegner auf jeden Fall hier, wie wir sehen können, recht gut fertig machen. Und die haben ja tatsächlich nicht so ganz viele Chancen gegen uns. Die haben noch kein einziges Mal das Herrschaftsgebiet übernehmen können. Das ist doch eigentlich wunderbar. Ich will auch mal kurz nach oben gehen, dass ich hier ein bisschen bessere Aussicht habe. So viele Gegner hier, die ich da mal umbringen kann. Sehr schön, okay. Und den da unten vielleicht auch gleich. Wunderbar. Und, aber trotzdem müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, obwohl gerade alle gestorben sind. So, ungefähr gleich wieder einnehmen. Dann haben wir schon fast gewonnen jetzt. Ja, das dürfen wir gewonnen haben. Nice. Das lief doch super. Yay. Gut. Das waren jetzt, glaube ich, vier Kämpfe. Zwei haben wir gewinnen können und zwei verloren. Deswegen, ich würde sagen, einen weiteren machen wir jetzt dann gleich auf jeden Fall noch. Und ab, da haben wir da alle auf jeden Fall ziemlich gut gekämpft. Die Gegner haben da nicht so wirklich viel gegen uns ausrichten können, wie wir sehen können mit 2, 2, 1, 0. Also das lief auf jeden Fall echt ganz gut. Und dann, wie gesagt, ein weiterer Kampf kommt noch. Und mal schauen, ob wir den letzten Kampf in diesem Part dann noch gewinnen können oder ob wir den verlieren werden. Ich bin schon sehr gespannt. Und zwar zum Ende hin dann nochmal auf Manta Maria. Freut mich aber, weil ich Manta Maria echt mag. So, dann gleich wieder mal gucken. Ich habe wieder ein bisschen Angst. Oh ne, 2.140 sogar. Die gerade eben, wo wir so völlig fertig gemacht wurden, hatten 2.100, ne? Ich glaube schon. Also jetzt dann 2.140. Ja, ne? Ich meine, es ist trotzdem noch nichts verloren, weil Runde gibt es immer und so. Aber trotzdem wird es sehr, 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 sehr schwierig. Wir haben behauptet, ich mal das jetzt dann gleich zu gewinnen. Weil der halt wieder total abgehen. Aber ich habe random einen getroffen mit der Robobombe, weil die ist halt auch echt mega cool, wie ich finde. Und dann habe ich auch einfach so treffen können. Und wir führen sogar tatsächlich. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Erfolgserlebnis, wie ich finde. Dass wir gegen Leute mit Liga-Power von 2.140 zumindest einmal in Führung gegangen sind. Das ist schon mal recht gut, wie ich finde. Sehr schön. Verdammt, jetzt bin ich aber da auch getroffen. Ich habe da oben jetzt ein bisschen campen können. Oder halt wenigstens ein bisschen campen können. Und den einen habe ich immerhin umbringen können. Aber jetzt sind wir alle gestorben. Und jetzt werden dann erstmal die Gegner das Herrschaftsgebiet übernehmen. Und wenn wir das ähnlich spielen, wie die anderen gerade eben, wo sie völlig fertig gemacht wurden, dann werden die es jetzt wahrscheinlich auch so machen, dass die sich jetzt schon Positionen ausgesucht haben, wo sich jeder hinstellt, dass wir jetzt erst gar nicht mehr nach vorne kommen. Weil das ist halt immer das ziemlich Fiese. Weil ich meine, vielleicht haben wir sie gerade eben tatsächlich ein bisschen überraschen können und auf dem falschen Fuß so ein bisschen erwischt, weil wir halt erstmal das Gebiet übernehmen konnten. Und sie dann erstmal nicht so wirklich wussten, was sie vielleicht tun sollten. Aber jetzt, dass sie das Gebiet übernommen haben, wird es jetzt, glaube ich, für uns dann sehr, sehr schwierig, das wieder zurückzugewinnen, behaupte ich jetzt mal. Weil die sich jetzt eben alle, verdammt, weil die sich jetzt eben alle genau überlegt haben, wo sich jeder hinstellt, auch mit welcher Waffe. Und wie sie uns halt wirklich davon abhalten können, dann jetzt irgendwie auch wieder zurückzukehren zum Herrschaftsgebiet. Und deswegen wird es dann, glaube ich, für uns echt sehr schwierig werden, jetzt dann wieder das Gebiet zu übernehmen. Aber immerhin haben wir es wirklich, das ist auch schon, wie gesagt, ein Erfolgserlebnis, wie ich finde, wir haben es geschafft, gegen so ein starkes Team zumindest einmal in Führung zu gehen. Ich bin wieder sowas im Tod. Und das ist eigentlich auch schon ganz zufriedenstellend, wie ich eben finde. Soll ich dann wieder einsetzen vielleicht, aber ich bin wieder sowas im Tod. Kann ich den vielleicht töten, den da? Weil der dann gleich da hinkommt oder den da oben? Äh, gar nicht. Ich habe niemanden killen können. Aber ich habe wenigstens für ein bisschen Chaos gesorgt. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt, würde ich behaupten. Aber ich bin wieder sowas im Tod. Hier ist viel zu viel los. Bin wieder sowas im Tod gleich. Aber wir können jetzt sogar den Zähler ganz gut anhalten. So ein bisschen. Verdammt nochmal. Jetzt ist es genau andersrum interessanterweise. Dass es bei uns näher dran ist, gehörte den Gegnern. Und das bei denen, die näher dran war, gehörte gerade eben uns. Aber jetzt haben wir dann, glaube ich, auch verloren. Weil das schaffen wir nicht mehr. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Also ja, da kann man sehen, wenn sich, wie gesagt, die Gegner halt wirklich absprechen, was sie wahrscheinlich getan haben. Und wenn die sich halt auch bestimmte Taktiken dann überlegen, wie sie auf den Maps vorangehen wollen. Und welche Waffen sie nehmen, wo sich jeder hinstellt. Dann hat man da wirklich so ein bisschen ein zusammengewürfeltes Team, was wir ja quasi sind, weil wir uns auch nicht unterhalten können. Dann hat man da wirklich wenig Chancen, muss man auch zugeben. Aber so oder so, wir haben ja trotzdem zwei Kämpfe gewinnen können. Und wir sind gegen die Typen am Anfang in Führung gegangen. Was, wie gesagt, auch schon echt gut ist, wie ich finde. Und deswegen kann ich mich echt nicht beschweren. Haben wir alle, wie ich finde, ziemlich gut gemacht. Und da sollte auch unsere Leistung auch gelobt werden, wie ich finde. Auf jeden Fall. Okay. Gut. Dann war es aber auch schon wieder hier dann mit den Liga-Kämpfen. Und damit auch, wie gesagt, jetzt allgemein erstmal für das reguläre Projekt hier von Splatoon 2. Denn, wie gesagt, es werden dann auf jeden Fall noch später weitere Parts eben kommen, dann zu Updates. Die werden dann wahrscheinlich immer um 20 Uhr eben kommen. Weil halt dann um 14, 16 und 18 Uhr halt dann die anderen regulären Projekte laufen werden. Und dann eben immer die Bonus-Part von Splatoon 2, wenn halt ein Splatfest ist oder eine neue Waffe kommt oder ein neuer Map erscheint oder ein neuer Modus oder sowas, die werden dann wahrscheinlich eben immer um 20 Uhr erscheinen. Genau. Aber ich würde eben jetzt erstmal sagen, Leute, das war es dann hier für diesen Part und auf erstmal, wie gesagt, für das ganze Projekt hier von Splatoon 2. Aber wie gesagt, Updates werden noch kommen. Wenn ihr dann noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr es gerne einfach in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, bei Waffen, die nur Variationen sind von Waffen, die wir schon kennen, nur halt mit anderer Sekundär- und Sozialwaffe, da werde ich nicht extra einen Part dazu machen. Aber eben bei komplett neuen Waffen, bei Splatfests, bei neuen Arenen und eben bei neuen Modi, bei den vier Sachen werde ich dann wahrscheinlich eben immer auch Parts dazu machen und euch dann eben wissen lassen, was denn dann hier eben in Splatoon 2 weiterhin so los ist. Genau. Und auf jeden Fall würde ich da noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar... Oder nee, gar nicht, weil ich will mich noch gar nicht verabschieden. Vergesst es, ich will noch kurz eine andere Sache sagen, bevor ich dann meine Verabschiedung gleich mache. Und zwar, was denn dann eigentlich morgen so kommen wird, weil ab morgen kommt ja Splatoon 2 nicht mehr täglich. Und zwar ab morgen wird es dann so sein, dass dann auch wieder zweimal am Tag Mario plus Rabbids Kingdom Battle kommen wird. Also ab morgen wird es dann wieder mal für eine gewisse längere Zeit sogar so sein, dass eben um 16 Uhr Metroid Samus Returns kommen wird und um 14 und um 18 Uhr eben dann Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Und dann eben gelegentlich um 20 Uhr mal Splatoon 2, wenn da halt eben dann Updates erscheinen. Oder auch mal um 20 Uhr gelegentlich ARMS, wenn dazu wieder neue Updates erscheinen. Also 20 Uhr wird dann immer so der Platz, wo halt dann irgendwelche Update-Projekte halt kommen werden, wie Splatoon 2 oder auch wie ARMS. Und um 14 Uhr, wie gesagt, Mario plus Rabbids Kingdom Battle, 18 Uhr auch. Und um 16 Uhr eben Metroid Samus Returns ab morgen dann mal für eine gewisse Zeit. Bis dann vielleicht Anfang Oktober oder so. Aber das werden wir dann schon noch alles sehen. So und jetzt kommt die Verabschiedung. Auf jeden Fall würde mich da noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.